Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Escape Dead Island. Wir haben jetzt die Aufgabe, vor diesem riesen Doktor, Monstrus, Megatus, was auch immer, zu fliehen. Ähm, ich depausiere jetzt das Spiel und wünsche euch schon mal viel Spaß, während ich hier schreiend weglaufe. Okay, lauf, 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 lauf. Du kannst rüllen. Doch, ich kann. Ich kann abhauen. Du weißt es nur noch nicht. Oh shit, mir geht die aus. Dauer aus. Komm schon. Komm schon, du schaffst es. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufe, aber ich laufe. Komm. Hau ab. Wir schaffen das. Hello. Doch keine Fruststelle. Hey. Oh nein, wo fallen wir hin? Wir werden sterben. Wo sind wir? What? What? Who's doing this? Who do you think? Linda's dead. Linda's dead. That's no reason not to talk to me. Ähm. Okay. Verlasse den Bereich. Aber wo sind wir jetzt? Und was war jetzt die Realität und was nicht? Hä? Versteh mal wieder gar nichts. Aber das ist ja normal bei dem Spiel. Da ist das Katana. Okay. Kartenleser. Ich habe keine Schlüsselkarte dafür. Das ist blöd. Okay, wir sind wieder im Container. Und wir sind wieder auf der Insel und sollen Devin finden. Ähm. Okay. Ja. Das macht Sinn. Soll ich hier vielleicht ein Foto von machen? Pizza zum Mitnehmen. Ein weltweites Phänomen. Wo kommt die Pizza her? Gibt es auf dieser einsamen Insel etwa einen Pizza-Lieferservice? Dann will ich da auch hin. So. Kann ich hier irgendwo? Da. Schlechtester Titel der Welt. Wieso? Was steht denn da? Rainy Shadows. Ja. Ja. Okay. Ein Foto vom Katana? Hm? Ähm. Nein. Okay. Ja. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was nun die Wahrheit ist oder die Realität. Aber ich denke mal, wir werden das irgendwann irgendwie rausfinden, hoffe ich zumindest. Weil so macht irgendwie alles keinen Sinn. Wo sollen wir denn überhaupt hin? Ja, du bist ja wohl auch tot. Vielleicht. Oder auch nicht. So, wieder hier durch. Yippie. Greifhaken haben wir immer noch nicht. Diese ganze Höhle hier kennen wir ja schon. Das ist ja nichts Neues. Das haben wir ja nur so 5000 Mal gesehen. Aufrechtschen blockiert. Ja, ja. So. Und wir sind wieder im Dschungel. Okay. Okay. So, auch wenn wir ja schon ein paar Mal waren, weiß ich den Weg schon wieder nicht. Ach ja, dann nehmen wir uns auch mal die Zeit und nehmen uns hoffentlich irgendwelche... Wer hat gesagt, dass Zombies nicht springen können? Ich nicht! Es ist Zeit für die Prästerben, junger Farbermann. Hau ab! Ja, natürlich! Und wie ich gesagt habe, der Batscher wird zum Standardgegner. Oh, oh! Hau ab! Ah, das war dumm. Okay. Naja. Komm, stell dich nicht so an. Sterben gehört hier bei meinem Gameplay mit dazu. Das kennst du doch nie anders. So, nochmal. Diesmal packe ich gleich die Schrotflinte aus. Jetzt reicht es mir, ey. Jetzt reicht es. So, nochmal hier durchquetschen. Ja, ja. Den ganzen Schneich nochmal. Ja, ja, ich weiß. Oh, shit. Gotta go. What the hell? Did that just happen? I'd be offended if you trust her and not me. I think I'm done with trust. Good. Focus on getting out. So, nochmal geht das, äh, schneller. So, sterbt, ihr bösen Taugenichtse. Oh, da rollt er den Kopf und weg ist er. So, habe ich jetzt meine Ruhe. Dankeschön. Mann, du Miner. So, wo geht's zur Marina? Da lang. Hey. So, da jetzt ja Batscher und Co. zum Standard-Repertoire von Dead Island werden, gehe ich mal wieder etwas vorsichtiger vor. Sagte sie, bis sie das nächste Mal vorpreschte. So. Runter. Dankeschön. Ja, ja. Upsala. So. Na, was kommt gleich? Was kommt gleich? Der nächste Mal. Gut zu wissen. So, jetzt hier wieder hoch. Schalala. So. Wir hatten da, glaube ich, ja, schon geguckt, aber ich gucke vielleicht nochmal. Vielleicht ist da ja irgendwas Neues. Hm. Nein. Äh. So. Hättet ihr sein können. So. Wieder auf. Upsala. Ein Riesenhaker. Geofarmkomplex. Ja, sie war sehr nett, weil sie dich umgebracht hat. Das macht Sinn. Na, stehst du auf? Foto vielleicht? Ah. Okay, wer schreit der so? Wer schreit da so? Gehört, du willst sterben? Ah, du bist der Schreier. Du, 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 du. Au, ab. Was mischst du dich mit dir ein? So. Den haben wir schon mal gemacht. Nicht zu nahe kommen, sonst schreit er, bis dein Schädel platzt. So. Das ist doch mal nett. Das ist, äh. Schön ist das. So. Da ist noch einer. Ja, du hast gespuckt. Oh, nur gespuckt. Lass mich in Ruhe. So, treffe ich auf diese Reichweite? Ah. Nicht, wenn sie da rumrennt. Ah, keine Munition mehr. Alter. Geh weg. Will nicht schon wieder sterben. Nein. Hey, gut für dich. Ich weiß, dass du Angst vor mir hast. Und nicht andersrum. Ich weiß, dass du Angst vor mir hast. Oder? Nö. Verdammt, keine Munition mehr. Das ist doch... So. Nö. Hier ist ja aber Ruhe. Sag' mal. So, da war doch noch irgendwo einer, oder nicht? Na, wovor steckst du dich? Bist weggerannt? Ja, ist auch gut für dich. So. Ah, dann ist wieder ein Spucker. Ja. Willig. Hallo! Komm schon! Oh, hat nicht geholfen. War klar. Komm, sei ruhig und schrei hier nicht so rum, ja? Ich hab auch Gefühle. So. Der Schreier ist schon mal weg. Fehlt nur noch der Spucker. Der jetzt natürlich wieder abhaut. Komm her, mein Freund! So, kurzer Prozess. So, war da noch einer? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So, sie hat gesagt, rechts abbiegen. Da hinten ist wieder so ein Labor-Zombie. Denke mal, den schalten wir vorher aus, bevor wir weiter gehen, weil sonst fällt sie uns bestimmt in den Rücken. So. Ja. Geh da hin, wo du hingehörst. So. Sie hat gesagt... Ja. Wie konnte man denn nochmal anzeigen lassen, wo man hin muss? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Steuerung. Ziel. Kuh. Äh. Nö. Okay. Dann nicht. Achso. Mit Alt. Finde Devin in der Marina. Also sind wir hier richtig. Ich. Bisschen Landschaftsgärtnerei betreiben hier. So. Nee. Ja. Wir können nicht die Welt retten. Ob die Dame Recht hat, erfahren wir natürlich in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.